um die andere Richtung machen vielleicht nicht schlecht die Bindung hier raus keine Ahnung warte hier kriegst du mal Schuhe und Dings ich warte noch kurz bis das Eisen fertig ist dann mache ich dir den Rest Prozent die Eisen habe ich noch im Inventar ja dann gerne Antwerpen das Rest und auch noch aus Kult aber auf die Mini hab ich ehrlich gesagt kein Bock weil er war ja was war man dann noch die Brustpanzer und Brustpanzer und Dose Robich wo sie ohne Erachter und das wird ja wieder raus hier habe ich verwecken warum denn dann wurde die Städte nach oben warum verwehrt du oder lass das einfach meinen Weg nach oben nehmen hallo gab mir ich habe Essen dabei ja das bringt demnächst die Herzen heilen ja nicht ach so der der hat auch Jonas kann man hier ein paar wo wo war denn der Weg wo ich nach oben gegangen bin Juli ähm ähm hier war er irgendwo ähm Zeuchter ach in beiden ich lass das heißen liegen wo zur Hölle äh Paddy wo bist du jetzt hier wo es wo seid ihr wir sind bei den anderen Koppelstau und äh das sind die Partie hier stimmt deine Hose wenn man los ist er hat keine Hose an Prozent ich sehe gar nicht was du musst halt meine Erfahrung wo muss ich sehen Janis hätt sich nicht bewegen dürfen warum ich habe den Backlieder sorry ach fuck ich will der Ausdruck von Dias halten ich muss mal schnell gehen dann geh lieber aus Minecraft raus oder was oh fuck der andere schlägt voll nein na der hat mir glaubt die Sichtbehindert Alter ganz leicht egal kommt runter also kommt nicht runter aber ja wir sind grad doch nicht ja da geht doch weiter bestimmt ja schon also hier unten gehts weiter soll ich euch ne Treppe hoch bauen ja vielleicht nicht schlecht ja ja warte ich muss schon bissle Steine farm schmeißt mir mal eure Steine runter mach ich doch grad oder 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 und die Nutzung ja ich würde sagen wir gehen jetzt hier nun weil hier sieht es aus als wäre zwei Trommel und das immer schnell eine Kartoffel geben oder 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 3 aber egal hey sorry konnte nicht auf dann jay da unten ist was noch Pilze falls jemand braucht Alter Jonas ganz da oben wahrscheinlich nicht so eine riesen Höhle meine Fresse Alter hier ist ein riesen Raum und ich glaube hier gibt sie amanken meint welche Höhe bestimmt ich bin hier ja nein nein sag ich nicht runter wo äh Julia gehts nicht mehr weiter nur noch zu entfunden ach so ja wo gehst du nicht runter äh über dir hier hier komm her über dir ja ja was denn wo seid ihr jetzt komm doch runter wir sind auf dem Weg nach dir ja ich geh mal hier mal aufpassen weil hier links ist Lava das ist rechts meine ich doch äh äh Jonas hast du mein Wasser einmal glaub ich und dann geht es hier weiter wo ich die Fackeln schon gesetzt habe und da kommt ein riesen Raum und ich glaub da gibt es was aber ich hab nur noch wenig Fackeln wo in dem Raum hier ja warum nicht und hier ist ein riesen Gang meint also Dias kriegst du auf jeden Fall nicht meint Dias sind bis in Höhe 13 eigentlich Höhe 12 aber egal ne 13 12 äh da ich ne Schlucht ja ja hab ich auch aber was gut ist Paddy du musst und das Gold hier weil ich hab jetzt auch schon Oh Gott Juli hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir warte ich hab jetzt 54 Gold alter Vater Hallo Hallo 55 56 Gold 57 Gäb mir mal Fackeln dass ich ausleuchten kann 58 oder gib mir Holz oder Stöcke oder irgendwas was warte hier okay ojo was so ultra sind geil gold Gibt's da was ich guck grad da hinten ist ein Lava See he 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 äh wär das nicht schlauer wir würden uns Eimer machen und ein Portal machen und das gießen ja aber äh dafür brauchst du 30 Eisen was was das reicht doch wenn du zwei Eimer hast ja dann können wir aber immer noch du gehst runter in Höhle holst schon einmal Lava gehst wieder hoch ja das meine ich ja aber da können wir immer noch von meinem Pissloch runter gehen das Pissloch ist das coolste ja also dann geh ich back und mach das Portal Portal macht Jonas schon warte Juli gib mir dein Zeug dann kann ich gleich nein ich geb dir mein Zeug nicht dann kann ich gleich brennen lassen Alter ich bin noch nie gestorben nein du kriegst mein Zeug nicht ach jetzt komm schon das Eisen wenigstens nein du kriegst die zwei Stacks Eisen nicht alter Juni als ob ich da jetzt verreck wirklich die wirkliche an Werde gib mir einfach das was dir zu viel Platz wegnimmt Kohle oder so ach so alter alter das wärs gut dann kann ich uns ein paar Fische angeln oder dessen noch und dessen noch dicke dann kann ich uns und das und das und das und das du euch ernsthaft was sind ne alter seit wann gibt es Namensschilder das ist das neue das ist der Exakt exakt seit der Micro Cross Update Version so jetzt na 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 la jetzt muss ich nur noch wissen wo es zurück geht auch hier ich habe ich doch schnell zurückfunden ja ja ich bin meister des zurückfindens war ich das weiß ich und das verreckens ja das auch vor allem wenn ich die items habe auch scheiße hier ging es ja hier ging es raus also juli ich habe auch noch mal shit creeper verpiss dich hast du es gehört ja war unten war unüberhörbar übrigens jetzt weiter muss auch irgendwo rausgehen nach links war ich hängig fest so ein wenig kohle wenn es noch nicht gestorben Janis Papa der ist auch viel später gekommen ja ein mit wo was kackst gewinnt ohne deinen Namen ja schon das war ja grad der Witz Idiots soll da oben sich nen Namen ich würde gern jetzt aus der Höhle rausfinden also ich bin ja draußen wenn es keine Umstände macht schon zu haus ja ich bin grad drin im Haus lol guck mal grad nach unten, dann müsst ihr nicht meinen Namen sehen äh den seh ich ne ich seh nicht oder ich hab ihn grad gesehen und jetzt nicht mehr meinen fang jetzt an das Portal zu machen ja fang an warte ich komm ich hab nämlich nen Eimer Wasser ich hab mal einmal ohne was drin ich hab nen Eimer mit nix Alter wo geht's hier raus? ähm ich brauch Schneider meine Phrasen wo ich laber du musst den Weg runter I want to go home welche Richtung? äh 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 äh